Folge 4 von Adam sucht Eva 2016 geht damit los, dass man am Frühstück sich fragt, wer hat denn die längste Beziehung je geführt. Kusmark stellt fest, da fasst alles beziehungsunfähige und er mit drei Jahren und mit fünf die Amerikanerin bzw. Halbamerikanerin fallen da wohl raus. Daraufhin folgt dann ein Spiel. Man muss einen Wasserbottich mit Wasser füllen, hat dazu Kokosnüsse, wo Löcher drin sind. Und man muss dabei über Hindernisse drüber. Das schafft man dann auch und zur Belohnung gibt es Instrumente. Dann sehen wir einen Talk zwischen Kusmark und dem Jesse, dem Stripper und er erzählt halt, wie schwer er es denn als Stripper hat, Frauen, ja, mit Frauenbeziehungen zu führen. Und das dann aber sozusagen aufgrund seines Stripper-Zeugs, denn Frauen anhänglich sind und er sozusagen ständig die eine kriegt. Und ja, ist ein bisschen Jammern auf hohem Niveau und wobei man dann doch irgendwie es lustig findet, beziehungsweise der Kusmark lustig findet, was er denn da so für Frauenprobleme hat. Umgekehrt unterhalten sich dann Leo und der Kusch über die Männerprobleme der Leo, dass sie halt sozusagen sich immer die Falschen ausgesucht hat, die nicht so ganz von überzeugt waren. Und wo sie dann halt so versuchte, die im Nachhinein wohl noch zu ändern. Und ja, dass sie dann wohl immer zu viel in die Beziehung reinbuttert oder sowas. Also typische Probleme von Beziehung. Eigentlich langweilig. Dann wird am Abendlagerfeuer musiziert. Eigentlich auch langweilig, aber ja, alle sind da ziemlich glücklich drüber und der Jesse findet es super extrem toll und gut. Am nächsten Morgen geht es dann mal wieder um Jesses notgeile Morgenlatte beziehungsweise Träume. Er hat wohl in der Nacht, ja, nach der Chantelle gegrapscht oder so, ob er jetzt da nur geträumt hat oder das eigentlich eher mit Absicht gemacht hat. Und man weiß es nicht. Ist jetzt eigentlich auch nicht so interessant. Das hat mich schon die Folgen davor genervt, immer über den so eine Morgenlatte Philosophiererei hören zu müssen. Dann wohl Mittagessen. Jesse redet über gemachte Titten und Ärsche. Also nach dem Motto, es braucht jetzt hier, jetzt will er mal eine haben, die, ja, wo gemachte Titten kommen. Und geformte Ärsche oder sowas in der Richtung heißt es. Beziehungsweise, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut. Und während er das denn so erzählt, fragt er natürlich die Chantelle nach. Nö, nicht Chantelle, Chantelle heißt sie, ja. Ja, was denn mit den Weibern ist, die schon da sind. Da der nicht so ganz sprachgewandte Jesse versucht das wohl ein bisschen nett auszudrücken und sagt jetzt so Chantelle, na, sie sieht ja gut aus und dann bringt auch gerade die Leo Eier und sagt, und die Leo kann super Eier machen oder sowas ähnliches. Und das kommt natürlich völlig falsch an. Riesendrama. Die Leo fühlt sich sozusagen, ja, mal wieder sozusagen auf ihre Körperform beleidigt. Sie findet sich ja anscheinend selber hässlich. Tut aber so, als sei sie da, um zu zeigen, dass nicht alle so super schön aussehen müssen oder so. Wobei, die sieht doch gut aus. Und körperlich sieht die auch vorzeigbar, also mehr als vorzeigbar aus. Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Aber immer sozusagen, die verzieht sich dann, heult da vor sich hin. Der Kussmark sozusagen meint dann, ja, Jesse, du musst dir bei der Leo entschuldigen und so. Also ein Riesendrama um nix. Und da kriegen sich dann der Jesse und der Kussmark in die Wolle und es fallen böse Worte und so. Und ja, auf einmal sind der Jesse und der Kussmark dann nicht mehr so ganz so dicke Freunde. Also ich muss sagen, völlig übertriebene Szene. Ja, der Jesse ist halt ein bisschen blöd, sagen wir es mal so. Und ausdrücken kann er sich erst recht nicht. Der hat einfach ein dummes Zeug geredet. Also so wie das dargestellt wurde, hat er das gar nicht gemeint. Er wollte das irgendwie nett ausdrücken. Ich sag mal so, der hat in den Folgen davor und hier auch schon mehrfach dümmliche Scheiße gelabert. Also so richtig dümmliche Scheiße, wo dann aber sozusagen Gina sich aufgeregt hat und Drama gemacht hat. Und wegen so einer Äußerung, dass die Leo tolle Eier machen kann, da wird ein Riesenfass aufgemacht. Das ist ja total lächerlich. Dann sehen wir wieder Pär und der Kusch über die Situation mit dem Jesse reden. Und beide kommen halt auf den Schluss, dass sie nicht nachvollziehen können, warum der Jesse sich so verhält. Dann sehen wir wieder Pär auf Aufmunterungstour zu Leo geht, sag ich jetzt mal. Die tauchen beziehungsweise schnorcheln da halt dann ein bisschen rum. Dann sehen wir wieder Jesse, ja, sich bei allen entschuldigt und dann aber auch gleichzeitig verkündet, dass er halt die Insel verlassen wird und so. Will dann nochmal umarmen, macht das dann auch und verdünnisiert sich dann. Und im Nachhinein regt sich dann der Kussmarkt drüber auf, ja, dass diese Entschuldigung, diese Verabschiedung, dass das jetzt lächerlich gewesen sei oder irgendwas in der Richtung hat er gesagt. Jedenfalls, das ist irgendwie merkwürdig, sag ich, ein bisschen Wortlaut nicht mehr. Aber jedenfalls war er damit sehr unzufrieden, muss ich sagen, finde ich heuchlerisch. Aber naja, diese ganze Situation war sowieso totales Gekasper. Dann gibt es einen neuen Adam, den Jakob, der als erstes von der Leo begrüßt wird. Und dann sozusagen von ihr, beziehungsweise der Rest des Camps kommt dann auch angejumpt. Dann gibt es eine kleine Führung im Camp. Ah, nicht so ganz so spektakulär. Die Leo ist wohl gleich auf den Jakob ganz gut zu sprechen. Man unterhält sich auch gleich über seine Reisen, um wo er denn schon gewesen ist. Also man flirtet so ein bisschen, würde ich sagen. Und ja, darauf folgend gibt es dann für den Jakob direkt ein Date mit den zwei verbliebenen Girls. Und ja, die zwei restlichen Kerle bleiben dann erstmal allein und bekommen dann direkt die Janina als neue Eva vorgesetzt. Damit war dann die Folge auch schon gelaufen. Eigentlich ziemlich langweilig, bis auf den Streit mit dem Jesse. Wobei, es war ein Kindergartenhof 3, wie man sozusagen, obwohl der Jesse schon so ganz wirklich frauenverachtende Sachen gesagt hat. Oder sagen wir eher frauenunschöne Sachen. Da sich an dieser Eiersache so hochzuziehen, ist lächerlich, Hof 3.